Montag ist Wohntag! Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe der Höppi Show. Natürlich haben wir heute wieder ein ganz tolles Produkt für Sie und ich bin heute im Bett mit Markus. Hallo Claudia, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben heute ein tolles Produkt für Sie und zwar von Mats und Co. haben hier einige Sachen im Sale, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Ich würde Ihnen ja gerne sagen, herzlich willkommen in meinem Schlafzimmer. Das wäre aber ein bisschen geschwindelt. Wir drehen nämlich heute in einem Höffner Möbelhaus in Berlin, was einfach schick ist. Schicker als in meinem Schlafzimmer, muss ich sagen. Ja, dann fangen wir an, Markus, und stellen mal die einzelnen Produkte von Mats und Co. vor. Sehr gerne und am besten beginnen wir doch einfach mit dem Boxspringbett. Ja, dann hopfen wir mal nach vorne. Einmal nach vorne. Markus, bevor du zu mir ins Bett gekommen bist, hast du mir erklärt, dass wir ein Boxspringbett haben. Was heißt das genau? Genau, wir haben den Unterbau. Das ist ein Boxspringunterbau. Das heißt, wir haben eine Box und dort drin sind Federnverarbeiter, ein Federkern, der dem ganzen Bett eine gewisse Stabilität gibt. Was mir optisch aufgefallen ist und was ich besonders schön finde, ist, dass wir den Polsterbezug überall wiederfinden. Sowohl in der Box als auch hier in der Matratze und auch hinten im Kopfteil. Das gefällt mir immer ganz gut, wenn sich das Design wiederholt. Genau, das ist ein, wie wir das aus dem Wohnzimmer kennen, von unserem Polstermöbel. Ein normaler Polsterstoff, der relativ robust ist und leicht zu pflegen ist. Kann ich die noch waschen? Du kannst ihn auch waschen. Du kannst den Bezug trennen. Das heißt, du kannst den Topper von dem Polsterstoff trennen. Du kannst den Topper separat waschen und den Polsterbezug separat waschen. Okay, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Highlight und das ist die Matratze und die hat es wirklich in sich. Was ist daran so besonders? Genau, die hat es wirklich in sich. Da ist ein Kern verarbeitet, ein Wendekern. Das heißt, es hat zwei verschiedene Oberflächen, einen weichen und einen festen. Für dich wäre dann wahrscheinlich die weiche Oberfläche geeignet und für mich die festere Variante. Okay, das muss ich nochmal genau erklären. Also es ist ja eine One-Fits-All-Matratze und wie genau kann ich jetzt diese Härte gerade einstellen? Genau, wir haben hier einen Reißverschlussverarbeiter, den sehen wir hier. Du nimmst den Topper ab, der ist komplett zu entfernen und innen drin ist dieser Kernverarbeiter, dieser Kaltschaumkern und den kannst du wenden. Das heißt, die eine Seite ist die weiche Seite und wenn wir das Ganze drehen, ist es eine Beherzenseite. Ja, es ist wirklich super praktisch. Das heißt, wenn Sie zu Hause jemanden haben, der gerne weich schläft und der andere schläft gerne hart, dann können Sie mit dieser Matratze also wirklich beide Bedürfnisse befriedigen und das halt durch diese einfache Wendung ganz leicht herstellen. Finde ich toll. Und das Besondere bei der Matratze ist, wir haben einen 100 Tage Probeschlafen. Das heißt, wenn Sie zu Hause nach 100 Tagen sagen, die Matratze ist doch nicht das, was ich brauche, können Sie die ganz einfach zurückschicken und wir holen die dann auch wieder ab. Ah, super. Also ich kann das zu Hause testen? Genau. Toll. Wie kommt die Matratze an? Das ist eine gerollte Matratze, die kommt in einem Karton an und zu Hause dann einfach entfalten lassen, 24 Stunden warten und dann kannst du die benutzen. 100 Tage lang. Finde ich toll. Wir müssen so ein bisschen Urlaub nehmen. Ja, wenn wir so lange Urlaub kriegen. Mal schauen. So, und dann hast du ja gesagt, wir können beides separat waschen. Das heißt, hier oben den Topper, den Sie sehen, der ist komplett abnehmbar, richtig? Genau, der ist komplett abnehmbar. Dann kannst du den bei 30 Grad waschen, da passiert gar nichts. Und dem Polsterbezug ebenfalls bei 30 Grad waschbar, passiert überhaupt nichts. Finde ich immer besonders toll, denn ich trenne zu Hause meine Wäsche ganz gerne. Also ich mache so kleine Häufchen in der ganzen Wohnung, so weiße Häufchen, dunkle Häufchen, damit sich halt die Farben auch nicht vermischen und es zu so einer Vergrauung kommt. Also das ist hiermit gewährleistet. Super. Wir liegen hier auf einem Bettgestell von Matz & Co. Das hat die Maße 1,80 x 2 Meter. Gibt es da noch weitere Größen? Genau. Wir haben hier die 1,80 x 2 Meter Variante. Die gibt es allerdings auch mit der 1,40 x 2 Meter Wachplatte. Und wie schaut es aus mit den Matratzen? Wir haben hier zwei getrennte Matratzen. Wenn ich jetzt nicht so die Besucherritze mag, kann ich das abändern? Also die Matratzen gibt es in den Größen von 80 x 200 Metern bis hin zu 180 x 200 Metern. Und bei der 180 Variante hast du zwei Kerne, aber einen Bezug. Okay. Das heißt, du hast die Besucherritze nicht, hast aber den Vorteil, dass du die Kerne drehen kannst. Beide separat. Perfekt. So, das war aber noch nicht alles von der Serie Matz & Co. Denn wir springen jetzt noch einmal ganz kurz zurück. Denn du sitzt auf dieser super weichen und kuscheligen Bettwäsche. Und die wollen wir unseren Zuschauern natürlich auch gerne mal vorstellen. Komm mal mit hinter. So, also hier ist die tolle Wendebettwäsche. Heißt, wir haben einmal die Seite hier mit Weiß und Grau oder Uni in Grau. Und das ist Baumwolle. Genau, das ist eine Baumwollbettwäsche. Super weich, glatte Oberfläche. Super bequem. Ich habe eben drunter gelegen. Das ist echt super weich. Genau, du hast dich versteckt. Und wir haben einen tollen Reißverschluss. Den teilen wir Ihnen auch mal, am besten in diese Kamera rein. Ein verdeckter Reißverschluss. Also können Sie wie gewohnt zu Hause natürlich abziehen und waschen. Aber das Schöne ist, der Reißverschluss liegt nicht auf der Haut, sondern ist verdeckt, sodass Sie nur die schöne weiche Bettwäsche haben. Und hier fällt mir auf, hier ist ein grauer Streifen. Wo fällst du da, Markus? Das ist ein Klimaband. Das heißt, die Bettdecke kann atmen. Und das Klimaband reguliert die Feuchtigkeit in der Bettdecke. Das heißt, jemand, der relativ stark schwitzt, gibt die Feuchtigkeit in die Bettdecke ab und dadurch kann die Feuchtigkeit wieder entweichen. Super. Wir haben hier in der Bettdecke eine Mikrofaser verarbeitet als Füllung. Das heißt, sie ist perfekt geeignet für Allergiker und für Veganer. Ist super flauschig und kuschelig. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Highlight. Das Kopfkissen. Und ich habe mich ja so ein bisschen auch in das Kopfkissen verliebt. Das ist so weich. Super weich. Ach, ich hole das mal nach vorne. Und hier möchte man einfach nur sich fallen lassen. Das ist doch schön. Aber nicht einschlafen. Noch sind wir nicht durch. Aber ich gebe mir Mühe. So, hier haben wir auch wieder das Klimaband gemacht. Genau, hier ist das gleiche Klimaband verarbeitet wie in der Bettdecke. Auch Feuchtigkeit regulierend, atmungsaktiv. Und auch die Mikrofaserfüllung. Jetzt ist das Kopfkissen sehr dick und sehr flauschig. Ich mag das ja besonders gerne. Aber du hast mir gesagt, man kann auch die Füllung variieren und in individuell einstellen. Genau, man kann die Füllung individuell einstellen. Dafür haben wir hier den Reißverschluss. Ne, hier ist er nicht. Warte, wo ist er? Hier ist er, der Reißverschluss. Und in dem Kissen ist nochmal ein zweites Kissen verarbeitet. Ja. Das hat auch einen Reißverschluss. Genau. Und da kommt man dann direkt an die Füllung ran, an die Mikrofaserfüllung, die man dann punktuell entnehmen kann, um das etwas anzupassen in die Größe und die Flauschigkeit des Kissens. Ja, ich mag es ja sehr flauschig. So, liebe Zuschauer, Sie haben jetzt noch einen kleinen Moment Zeit, sich Mats und Co etwas genauer anzuschauen und wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Claudia, wir sind wieder auf Sendung. Huch. Ja, du bist eingeschlafen. Ja, ein bisschen kuschelig. Aber in der Zeit, wo du geschlafen hast, habe ich schon mal eine Matratze bestellt. So kommt die Matratze bei Ihnen an, eingerollt in diesem schönen Karton. Cool. So, und was auch noch richtig super ist, ist der Preis, denn den haben wir Ihnen ja noch gar nicht verraten. Und wir haben jetzt eine Menge Artikel. Und wir fangen mal an, Markus, mit dem Bettgestell. Was kostet das? Also das Bettgestell in der Größe von 140 x 200 cm liegt bei 349 Euro. Super Preis. Wie schaut es aus mit der tollen Matratze? Die Matratze in der Größe von 90 x 200 liegt bei 199 Euro diese Woche. 199 Euro. Und dafür bekommen Sie ja, wie wir Ihnen vorhin gezeigt haben, eine Auflage, wo Sie einen weichen Schlafhärtegrad nutzen können oder eben einen härteren Härtegrad. Genau, ein Wendekern, der da so verarbeitet ist, inklusive dieses Toppers. Prima. So, dann haben wir hier die weiche Bettwäsche. Wie schaut es da aus? Diese Baumwollbettwäsche in der Größe von 135 x 200 cm inklusive des Kopfkissenbesuchs liegt bei 29 Euro. Auch ein wirklich super Preis. Dann haben wir hier die Bettdecke mit der Mikrofaserfüllung, die geeignet ist für Allergiker und auch für Veganer. Genau. Und diese Bettdecke in der Größe von 135 x 200 cm liegt bei 59 Euro. Und jetzt zu meinem Favorite-Produkt heute. Dein Lieblingskissen. Mein Kuschelkissen. Und es ist so weit. Es ist so schön. Was kostet das? Also das Kissen bei 80 x 80 cm liegt bei 39 Euro. Und das gleiche Kissen haben wir auch in dieser Nackenstützvariante in der Größe von 40 x 80 cm liegt bei 29 Euro. Super Preis. Alle Produkte, liebe Zuschauer, können Sie natürlich im stationären Handel erwerben. Sie können sich online beraten lassen und kaufen und natürlich auch die Hotline anrufen. Und dann können Sie sich alles nochmal in Ruhe anschauen. Und ja, wie gesagt, die Matratze können Sie ja zum Probeliegen nach Hause bestellen. 100 Tage. 100 Tage zum Festen. Die Box ist auch schön klein. Also die nimmt nicht viel Platz weg. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Auf jeden Fall. Ja, dann bleibt mir nichts weiter übrig, als Ihnen noch einen schönen Tag zu wünschen. Wir senden ganz liebe Grüße vom Müllbeerhaus Höfner hier in Berlin. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Montag, denn Montag ist Montag. Und wir haben wieder tolle Produkte für Sie. Und wissen Sie, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt einen richtig fett Kissenschlag mit dir. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall. Ja! Ja!